Willkommen zum nächsten Kapitel in diesem Online-Kurs Berechnungsmethoden bedingter Wahrscheinlichkeiten. Nachdem wir uns klargemacht haben, was eine bedingte Wahrscheinlichkeit von einer unbedingten unterscheidet und wie man das Ganze hier erkennt, was also vorn und hinten steht, Stichwort lombierische Grammatikregel, yes, kann ich mir dann überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, eine bedingte Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Und ich komme auf fünf unterschiedliche Methoden, fünf unterschiedliche Möglichkeiten, hier eine bedingte Wahrscheinlichkeit zu kalkulieren. Mit der Definition, mit der Vierfelder-Tafel, mit der Bayesian-Formel, mit einem Bäumchen und mit der Einschränkung der Grundgesamtheit. So, yes. Welche willst du hören? Ich mache hier die Definition. Machen wir doch die Definition und kümmern uns also um diese erste Methode hier, der Definition. Bam. In diesem schönen Beispiel, wo wir eine Urne haben mit sieben Kugeln insgesamt. Drei davon sind rot, vier davon sind gelb. Und dann sind ein paar mit zwei beschriftet und ein paar mit eins beschriftet. Das heißt, bezüglich der Zahl gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Bezüglich der Farbe gibt es auch zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Und jetzt sei die Wahrscheinlichkeit, oder jetzt ist gefragt, nach der Wahrscheinlichkeit eine 2 zu ziehen, wenn die gezogene Kugel rot ist. Wahrscheinlichkeit eine 2 zu ziehen, wenn die Kugel rot ist. So, das ist das. Wie man sich überlegt, denn gefragt ist ja nach der 2, also muss die 2 vorne stehen, wenn, und das ist das, was vorher eingetreten sei, wenn die Kugel rot ist. So, die Definition, über die wir hier sprechen, A, wenn B. Die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit lautet, Wahrscheinlichkeit von A und B, also hier dieses geschnitten Zeichen, dividiert durch die Wahrscheinlichkeit des hinten stehenden Ereignisses. So, jetzt brauche ich hier eine andere Farbe. Nehmen wir doch mal, was hältst du von Türkis? So, alles klar. Ne? Das ist hier die Definition einer bedingten Wahrscheinlichkeit. Und das heißt also, wenn wir das jetzt mal anwenden wollen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel eine 2 hat und dass sie rot ist, dividiert durch die Wahrscheinlichkeit des hinten stehenden Ereignisses, dass sie rot ist. Wenn du das verwechselst, wenn du nicht 2, wenn R schreibst, sondern R, wenn 2, dann ist alles falsch. Dann ist alles falsch. Da gibt es auch gar keinen Grund, irgendwelche Punkte zu geben, irgendwelche Gefälligkeitspunkte oder Fußgängerpunkte. Es ist alles falsch. Also, wer die Reihenfolge falsch macht, landet im Logos. Muss man einfach mal so sagen. Deshalb lombierische Grammatikregel. Hier auf Haupt- und Nebensatz und so achten. Anderes Kapitel in diesem Online-Kurs. Was wollte ich sagen? Genau. 2 und rot. Jetzt muss ich gucken, welche Kugel hat eine 2 drauf und ist rot. Und da sehe ich zwei Stück. Ich sehe zwei Stück. Und zwar diese Kugel hier hat 2 und rot und diese Kugel ist rot und hat eine 2. Also, um nicht zu sagen, diese beiden Kugeln hier sind rot und tragen den Buchstaben 2. Ergo, also 2 von 7. Und da bitte sich auf alle beziehen. 2 von 7 sind hier mit der Farbe rot versehen und tragen den Buchstaben die Zahl, mein Gott, 2. Dividiert durch die Wahrscheinlichkeit, rot zu sein. Also, rot sind ja drei Kugeln. Rot sind ja drei Kugeln. Also, 3 von 7. So, das heißt, wie dividiere ich durch einen Bruch, indem ich mit dem Kehrwert multipliziere? 2 Siebtel durch 3 Siebtel ist 2 Siebtel mal 7 Drittel. Yes. Wahnsinn. Die Bruchrechnung hier. Immer wieder gefeiert. 7 und 7 kürzen sich raus. Übrig bleibt 2 durch 3. Das heißt, ich behaupte, dass die Wahrscheinlichkeit, eine 2 zu ziehen, wenn vorher die gezogene Kugel rot ist, besser ausgedrückt. Wir ziehen eine Kugel, die ist rot. Und dann ist jetzt zusätzlich die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese gezogene Kugel hier eine 2 aufweist. Wenn wir zunächst einmal nur auf die Farbe achten und dann erst auf die aufgedruckte Zahl, das ist dann hier die Übersetzung und das, was hier mit gemeint ist, mit dieser Aufgabenstellung. Und diese Wahrscheinlichkeit ist 2 durch 3. So sieht es aus. So, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen. So, nur so und nicht anders.